Guten Abend, liebe Hörer. Hier ist wieder Melina mit. Erzählen Sie, was sie bewegt. Ich bin die nächsten zwei Stunden wieder ganz für Sie und Ihre kleinen Geheimnisse da. Ich selbstverständlich will Sie nicht fotografiert werden. Natürlich. Ja, hallo? Und Sie sind sich diesmal wirklich sicher? Ich bin Claire Goulart. Kommen Sie wegen dem Freiwilligendienst? Ja, schon möglich. Ist es richtig, dass eine gewisse Joelle hier bei Ihnen arbeitet? Ah ja, Juju, kennst du sie? Ah, Sie sind hier doch gekommen. Joelle, welche ist das? Die Frau im blauen Pulli. Haben Sie Kinder? Nein. Recht haben Sie. Man hat nichts als Ärger. Haben Sie noch mehr Kinder? Oh nein, nein. Einer hat mir gereicht. Hätten Sie Lust auf ein Bierchen? Hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Sie die gleiche Stimme haben wie diese Kuh im Radio? Ach, für die... Nein. Ah! Sag mir, dass du mich liebst. Sag es mir! Verdammt, du sagst mir jetzt, dass du mich liebst! Sag es mir oder ich ziehe den Stecker. Tschüss. Ja, ich liebe dich. Tschüss. Deutschen guidelines. wearing theType iche. Herr Mitle.